Hallo und herzlich willkommen zu unserem Part 3 von der Landesmeisterschaft. Ich wünsche euch hier schon mal viel Spaß. Wenn ihr natürlich Part 1 und 2 noch nicht gesehen habt, findet ihr hier gleich einen Link zum ersten Part oder natürlich in der Videobeschreibung und da könnt ihr dann einfach die Playlist einmal durchgehen für einmal alle Videoteile. Na dann, auf auf und los! Und dann, auf und los! So, das ist besser, das ist echt immer so schlecht. Hier, da sieht man, das ist ein Pizzen. Du schickst die Saison des Essen in deinen Kuchen. Du bist im Linken besser als in deinem Jagdmann. Du kannst alles ab. Echt? Das ist echt komisch. Der wollte dich ja so kippen. Der will noch einmal auf der Sonne. Ich seh, das ist lieber im Linken. Aber das war bei mir auch so. Also Jagdmogenschutzung war ich immer gut. Ja, nicht schlecht, ne? Aber ich hab mit dem Langmogenschutz gleich bessere Zahlen geschossen als mit dem Jagdmann. Ja, stimmt. Das liegt mir wahrscheinlich einfach besser. Ich hab hier auch eine große Schütze. Ich hab nur einen 62 Zoll. Wenn ich vielleicht einen 64 oder 66 Zoll Lampo, äh, Jagdmann habe, der jetzt vielleicht was anderes gemacht hat. das ist ja noch ein paar Wasser in der Sonne. Und jetzt gibt es also alle Häusche. Deshalb habe ich noch einen Böbel dazu bekommen. Da wäre ich so schön. Wenn ich die Saison zählen würde, Das ist ja total wütend. Das ist ja die Aussprache. Ich bin jetzt auch gelungen. Ist das denn irgendwo? Der ist ja es mit Schütze. Ja, der Kuchen. Ich hab nur noch. Ja, das schmeckt. Mit so vieles auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020